Ja, moin Medel, Medel und Madeira, ihr Klingelständer und Kartoffelmuschis. Ich bin der Ungol und die Grüße gehen ins Saarland. Ja, wir haben dann gestern, nachdem es dann emotional dann doch etwas aufreibend war, ich hatte, ja, wie soll man das denn nennen? Ich soll ja nicht so behindert reden, sonst kriegt man eine Hasslatte. Ja, die hatte ich auch. Ich auch. Aber wir haben natürlich dann gesagt, wir brauchen jetzt die Stärke, die es braucht. Und haben die Stärke, die es braucht. Und machen jetzt weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Bei dem superschönen Machtwerk hier von, äh, Machtwerk von unserem wunderschönen Christian Dieter, den ihr da seht. Ist ja nicht süß. Da sieht er noch aus wie ein Mensch. Und nicht wie das da. Weißt. Wie alt ist das Bild? Sechs Jahre laut ihm? Laut ihm ist das, warte mal, vor sechs Jahren sah er so aus. Und jetzt sieht er so aus. Du großer Gott. Ich glaub das ja immer noch nicht, aber... Nee. Aber wenn er das schon so darstellt, ich mein von mir aus. Ach so, ja, ich bin auch da, hallo. Ja, das wäre jetzt nicht aufgefallen, du. Nee, nee, ich bin immer so dezent im Hintergrund. Ja, und du redest ja eh nur nach meiner Schnauze und bejahst alles, was ich sage. Richtig. Das ist ganz wichtig, weil ich muss ja meine minderwertige Existenz mit meiner devoten Co-Moderatorin hier aufwerten. Darf ich auch reden? Nur wenn du mich Daddy nennst. Okay, Daddy. Das wird wieder irgendjemandem gefallen. Ich befürchte das auch. So, ich muss hier gerade noch mal ein bisschen Fenster schieben, weil ich habe was ganz Entscheidendes vergessen. Oh nee. Was denn? Hast du die Grüße in den Salern? Nee, die hatte ich doch gesagt, dass auf das Bingo-Feld schon auf ist. Oh Gott. Ich klicke schon mal die Atemspastik. Ich weiß ja, wo wir aufgehört haben, weil da geht jetzt direkt mit einer Atemspastik los. Also für alle, die Atemspastik als Bingo-Feld haben, macht schon mal ein Kreuz. Wenn wir eigentlich in die Mitte setzen, so als Bonus-Feld. Also nein, ich habe es tatsächlich noch nicht aufwartet. Link ist natürlich in der Videobeschreibung ganz klar, ganz unten. Nee, nicht ganz unten. Direkt unter, also als erstes und so weiter. Ja, und dann kommt ja erstmal quatschige Disclaimer, die ich reinmachen muss, damit Dieter weiß, ist nicht anzeigbar oder so ähnlich. Dieter, alles, was ich hier sage, ist übrigens meine Meinung. Und wir haben ja keine Meinungsfreiheit in Deutschland, hat irgendjemand geschrieben. Das ist eine, ja, so ein Ertragen von anderen Meinungen. Tolerieren nennt sich das, glaube ich, ne? Tolerare. Ja. Naja. Jetzt habe ich, guck, jetzt habe ich das Bingo rufen. So, äh, ja. Wenn wir heute wieder zu oft unterbrechen, es tut mir leid. Ähm, ich kann aber immer nicht so viel von ihm hören, weil sonst, äh, kriege ich hier so, äh, verbal, äh, Tourette, äh, dass das Video definitiv nicht bei YouTube hochgeladen werden kann. Äh, so. Ähm, ähm, Single-Gedöns und, äh, muss da irgendwie seine Ex und einzige lange Beziehung, äh, aufs widerlichste defamieren. Das wissen wir ja, deshalb, äh, ja, kennen wir, äh. Ja, und wir würdigen uns ganz doll dafür, dass wir heute keinen sanften Start haben, sondern direkt mittenrein springen. Ja. Dann gehen wir mal rein. Es ist so. Ich find's schön, dass er, direkt mal muss ich ihn unterbrechen, ich find's schön, dass er, wenn er irgendwas, woran man zweifeln könnte, oder was halt irgendwie obszön ist, oder was irgendwie, ja, eine Aussage ist, die jemandem nicht gefallen könnte, dann kommt bei ihm immer direkt, äh, ist so. Ne, das ist so, also es wird dann halt nochmal, vielleicht kommt jetzt auch ganz einfach, mal gucken. Ähm, das, ja, Übergewichtige mit 100 Kilo, das ging ja noch. Was meint er jetzt, 100 Kilo zu viel, oder 100 Kilo Körpergewicht? 100 Kilo Körpergewicht ist für einen gesunden Mann eigentlich völlig normal. Ja, das stimmt. Aber umso mehr, da vergeht doch jeden Mann mit einem völlig natürlichen Sexempfinden. Ähm, wie heißt das so schön? Herr Vorgesetzter, ich hab ein Anliegen, dass Sie keinen Stehnamen seh ich auch. Boah, ist das, boah, das gibt's doch nicht, oder? Weißt du? Wer die Atemspastik noch nicht hat, jetzt. Wieso zur Hölle? Was, was soll das? Warum zur Hölle musste er jetzt wieder anfangen, diese ekelhaften Obszönitäten die ganze Zeit von sich zu geben? Was gibt dem das? Fühlt er sich dann, wurde ihm immer verboten, so zu reden, und jetzt, äh, hat er irgendwie ein Rohr dafür gefunden, weil er das hier in den Äther, äh, göbeln kann? Ich glaube, er fühlt da irgendwie sich cool. Ja, Dieter, äh, zum Mitschreiben, ist nicht cool, ist eklig. Ja. Hochgradig asozial. Hochgradig. Mann, man, man. Er, er redet doch immer, er wird, er wird schwarz mal gespeinflusst und, ähm, Ach so, ach so, stimmt ja, Entschuldigung, das, das war gar nicht er, das sind die Dämonen, die um ihn rumfliegen, das hat er gar nicht gehört. Aha, ja, okay, Entschuldigung, ich hab das wieder vergessen. Ja, ja. Das passt da perfekt drauf. Nein, tut. Das ist kein normales Sexempfinden, sowas. Und auch kein normaler körperlicher Zustand. Wie man irgendwelche Idioten sagt, ja, höh, eine richtig schöne, ordentlich neun Monate Kugel, jeder Mann, der das nicht hat, der ist ein Krüppel, nee, wäre so ein Schwachsinn von sich. Was? 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 Geht es jetzt um Breeding? Ich weiß nicht, worum es geht. Ich hab, ich hab erst gedacht, äh, er regt sich jetzt darüber auf, dass es Männer gibt, die schwangere Frauen sexy finden. Das ist eigentlich, theoretisch ist das ein natürlicher Zustand. Ähm, ich glaube, er geht aber jetzt auf diesen, äh, ja, äh, Kneipenspruch oder Stammtischspruch, äh, Mann ohne Bauch ist ein Krüppel ein. Vermute ich. Ja, irgendwie beides. Ja, irgendwie verschwimmt das wieder. ...dessen Krüppel. Oh, da hat er das Video spontan wieder beendet. Doch. Wo haben wir es denn? Beendet spontan das Video. Ach, da, cool. Oh, ich hab das einfach in der Mitte. Unterfrauen, ja? Schon damals gab es das. Wann damals? Wann ist es damals? 1996. Wann denn sonst? Ja, ich dachte irgendwie wieder vor, 20.000 vor Christus. Das kann auch sein, ja. Zu wenig Titten und hier den Körper, das Körper und dieses, oh mein Gott, ey, bin ich denn gut genug? Bin ich gut sexy genug? Bin ich hübsch genug? Also Dieter, die Frage kann ich dir beantworten. Nein, bist du nicht. Nein. Da haben die schon Schiss gekriegt und das war schon vor 30 Jahren und heute ist es noch schlimmer. Und das Problem ist, dass viele Frauen... Es war nicht vor 20.000 Jahren, es war vor 30 Jahren. Okay. Haben wir 2026? Ja. Dann war es 1996, das ist ja gut. Stimmt, 50%. Okay, der war nicht witzig, aber... Doch, schon, aber... Ja, ich weiß. Es ist... Ich reibe mir gerade die Stirn vor lauter Unsinn. Von ihm, nicht von dir. Dieses, dieses Bild... Ja. ...den Schönheitsideal zu entsprechen, das gab es schon immer. Immer, immer, immer. Deswegen wurden Grinolinen getragen für den dicken Arsch. Ah. Ähm. Im Moment bist du ganz doll am Rauschen, Lamedl. Ich bin am Rauschen? Ja, so Brummrauschen ist bei dir, ganz komisch. So, als wenn du dein Mikrofon direkt neben den Lüfter gepackt hast. Okay, schräg. Ja, egal, jetzt irgendwie nicht mehr. Okay. Merkwürdig. Er redet da irgendwas von, ja, in den 90ern war das nicht so schlimm, sondern in den 90ern war die erste große Welle der Supermodels. Hm. Und da war es dann richtig schlimm. Kann das sein, dass du irgendwie nah an irgendwas bist, was elektronisch strahlt? Weil das hört sich echt so an. Das hört sich an wie so, 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 so Spulenfiepen von, äh, Netzteil, Grafikkarte oder so. Nö. Komisch. Das war gerade wieder. Hm. Seltsam. Egal. Ja, das ist der chaosmagische Hass, den ich durchs Mikro übertrage. Ah. Entschuldige, ich weiß nicht, was das ist. Da bin ich ja beruhigt. So, dann machen wir mal weiter. Er hat ja bestimmt wieder schöne Sachen, die er uns erzählen möchte. Oh Gott. Ihr habt Angst, dass die Männer keinen Bock auf euch haben. Nö. Warum tut ihr dann für euren Körper nichts? Bockig und stur raucht ihr. Ihr fresst alles mögliche in euch rein. Achtet auf euren Körper überhaupt nicht und wisst noch nicht mal, was da ansetzt. Äh, das sagt er. Das kann ich, das kann ich gerade schon wieder nicht glauben. Das genau, das ist genau das, was ich sage. Oder das sagt er? War ein schöner Kommentar unter dem letzten Video, den hast du mir gerade noch gesagt, ne? Ob, äh, wie war das? Ob Spiegel irgendwie was Chemisches haben? Spiegel, Chemie, Chemie zählen, weil, ähm, es keinen anderen Grund gibt, warum diese, äh, vertrocknete Beefy sich attraktiv findet. Tja, Dieter, du kannst, ähm, also kann ich dir empfehlen, da sind viele nette Kommentare unter meinem letzten Video. Ähm, da kannst du dir mal anhören, äh, was die Leute so von dir halten und von deinen Aussagen. Ich finde, das solltest du vielleicht dir mal zu Gemüte führen. Ich trage dich mal. Nicht viel. Dann mal drüber nachdenken, ähm, was du da von dir gibst. Wenn du so einen Scheiß schon von dich äußerst, Dieter. Ich sag dir das nur. Ganz einfach. Abgesehen von dem Ding, wo Frauen richtig schwere Depressionen haben, Minderwertigkeitsprobleme, die dann sich vielleicht noch nicht mal trauen, sich beim Arzt auszuziehen oder schwimmen zu gehen, Zellulitis, solche Sachen, die dann solche Fettpolster haben. Boah, der hat ja richtig Ahnung, ey. Und, äh, schön, wie er es wieder pauschal sagt, dass alle Frauen psychische Probleme haben. Alle Frauen? Weißt du, dass das Individuen sind, das hat er auch noch nicht verstanden. Nein. Dann müsste ich dich bei alle Männer einordnen. Erstmal weigere ich dich, als Mann zu akzeptieren. Und zum Zweiten, dann, ja, es gibt Männer, äh, äh, also Leuten, die nicht ganz so schicke Meinungen zu gewissen Themen haben. Und da gehörst ja du denn dazu. Ja, er ist ja auch der, der eigentlich jedes Video damit, äh, beginnt. Ja, das hat, da habe ich mich sehr aufgeregt. Da bin ich, äh, ja, ne, und so weiter. Also eigentlich ist, jedes Video bei ihm startet damit, dass er sich über irgendwas aufgeregt hat und stinksauer wurde. Also mein Mann ist ja ein sehr gechillter Mann und den mit dir zu vergleichen, das ist wie Äpfel und, äh, Erdbeeren. Du bist noch nicht meine Birne. Was dann genetisch bedingt ist. Das ist ja was anderes. Wenn es im körperlichen Umfangsrahmen ist, dann geht das ja noch. Aber man muss auch bedenken, wenn jemand zum Beispiel einen Arsch hat, so breit wie ein Rhinozeros, um das mal übertrieben zu sagen. Wow. Also er, er darf jetzt judgen, äh, was Genetik ist und was, äh, durch Fehlernährung und so ist. Er darf das jetzt judgen, oder was? Ja. Boah. Oh Gott, ey. Weißt du, er schaut aus, als hätte man ihn gerade aus einem Lager befreit. Ja. Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Du meinst da, wo der Zug gerne hinfährt. Ja, und jetzt meint er, über andere Leute da zu urteilen. Dieter, das war übrigens kein Rassismus, das war ein Vergleich. Ich weiß nicht, ob du so eine Doku schon mal gesehen hast. Hm. Ich hoffe. Sollte jeder gesehen haben, so eine Doku. Ja. Da bist du nicht weit von entfernt. so wie die aussahen. Nur die mussten den ganzen Tag marschieren und haben nichts zu kauen gekriegt. Du ernährst dich ja einfach nicht vernünftig und naja. Aber ob du glaubst, er hätte, er würde sich vernünftig ernähren, die wurden ausgehungert. Du, was weiß ich, was mit dir nicht stimmt. Da müsste man mal zu einem Arzt gehen und dem nicht sagen, dass er ein Fachidiot ist. Jeder Arzt, der nicht sagt, was Dieter hören möchte, ist doch ein Fachidiot. Das ist doch beim Dieter so. Jeder, der nicht genau sagt, was Dieter meint und was nach Dieterhain passt, der ist verleumderisch, narzisstisch, rassistisch natürlich auch, nicht zu vergessen. Hat keine Ahnung, wovon er redet. Ist ein Idiot. Und ach Gott, es ist schön. Dieter, weißt du, was das Schönste ist? Jedes Video, ich merke halt immer mittlerweile ganz genau, wann die Stelle kommt, wann du in meine Richtung pöbelst, auch wenn du mich namentlich ja nie nennst. Das macht mir sehr viel Freude dann, weil ich weiß halt, es beweist mir halt einfach, dass du jedes meiner Videos schaust. Es ist so wundervoll. Wir freuen uns sehr. Was dann auch mit vom vielen Sitzen kommt. Natürlich, der dicke Arsch kommt vom vielen Sitzen. Oh Gott, ich brauche gleich wieder einen Stiffneck. Das Schleudertrauma, das kommt gleich. Ich bin für Schnaps. Alter Junge. Da muss die Frau ihren Hintern dazu bewegen, die richtigen Ärzte zu finden, um diese Scheiße loszuwerden. Keine weiteren Fragen ist in sämtlichen hochrangigen medizinischen Abhandlungen doch beschrieben. der Breitsitz-Arsch. Kennt man doch. Das ist so ähnlich wie der Schello-Hoden. Oder Shines Restaurant Disease. Mikrob. Alles hochwissenschaftlich. Übrigens MSG makes shit gut. Ja. So. Man muss wirklich mal realistisch denken, was sexuell erträglich ist und was nicht. Was hat das eine jetzt per se erst mal mit dem anderen zu tun? Er möchte jetzt also vorschreiben, wie Frauen auszusehen haben, damit er sie attraktiv findet. Nun, ich bin ganz froh, dass ich anscheinend nicht in ein Frauenbild passe. Das finde ich großartig. großartig. Naja, wie, du kannst, du kannst, gestern Weizen gegessen. Ja, eben, das ist es ja. Da war übrigens auch ein sehr netter Kommentar, da war eine Subscriberin sehr froh, dass sie nicht in Dieters Beuteschimmer passt, weil sie sowohl Weizen als auch Zucker zu sich nimmt, also Weizenprodukte und Zucker zu sich nimmt. Ist das nicht super? Ich beglückwünsche diese Frau, dass sie Dieter safe ist. Ja, das ist aber eigentlich gar nicht schwer, ne? Man muss sich eigentlich nur normal ernähren und sofort ist man Dieter safe. Meine lieben Frauen, tut das. Niemand will den. Also dieses, ja, und die müssen so aussehen und so und so. Dieter versteht nicht, dass es verschiedene Geschmäcker gibt und sagen wir auch extreme Ausrichtungen. Wie soll er das auch verstehen? Er ist halt auf dem Stand eines ungefähr Fünfjährigen, was die kognitive Entwicklung nach Jean Pianger geht, ne? Also da ist der Egozentrismus halt irgendwie sowas von zurückgekehrt. Ja. Also, ich hab da, das funktioniert halt nicht. Das ist halt auch der Grund, warum, egal was man ihm sagt, selbst wenn man es gut meint, es wird nicht ankommen. Ne. Aber deswegen sehe ich es als unsere Aufgabe an, gerade das hervorzuholen, was er da sagt. Ja, was wirklich kacke ist. Weil die Leute müssen das hören, was das für ein Mensch ist. Um das mal milder auszudrücken, ne? Ja. Es gibt Menschen, die belügen sich ohne Ende. Das ist so schön. Diese Aussage immer, da kannst du eigentlich ein Meme nach dem anderen draus machen. Es gibt Menschen, die belügen sich, ja, Dieter. Aha. Ich kenne da einen, der hat aufgrund seiner minderwertig geratenen, ich sag mal, Vitae plus Existenz, sich da ziemlich viel zurecht gelogen, um sich irgendwie für sich selbst erträglich zu machen. Ich nenne natürlich keine Namen, aber, ne? Er meint aber auch, dass Frauen sich für ihn attraktiv machen müssen. Ja, das meint er ja die ganze Zeit. Er hat eine merkwürdige Einstellung. Er glaubt ja auch wahrscheinlich, dass sobald er irgendwie auf der Straße rumrennt, die Frauen direkt fast alle ausrutschen, wenn sie ihn sehen. Nur, dass die ja alle keine Schnitte bei ihm haben, weil keine ist halt, ich sag mal, das, was Dieter da in seinem Kopf sich zurechtschwurbelt. Da kam gestern noch ein kurzer Satz von ihm, den hatte ich gestern völlig in meiner Fassungslosigkeit überhört. Ja. Aber das war dieses und dann fängt sie an mit der Vergiftung durch bedingungslose Liebe. Ja. Stimmt, das hat er gesagt, ja. Liebe ist bedingungslos. Deswegen wird eine Familie immer zu dem letzten Dulli halten, selbst wenn er ihre Kinder anpöbelt. Ich glaube, die Bedingungslosigkeit hat auch ihre Grenzen. Und rate mal, wie die heißen. Idi! Ja, genau so. Da ist die Grenze. Dann ist das mit Sicherheit auch so. Oder so. Was weiß ich, wie die dann denken. Ich habe mich natürlich hauptsächlich damit beschäftigt, wegen den Frauen, aber wenn es um Dokumentation und Sendung betraf, dann ging es den Männern dann in dem Sinne genauso. Ach was. Männer haben Selbstzweifel. Oh Mann, ey. Dass man sich fett frisst, dass man alles mögliche in sich reinfrisst, vor Frust und vor Kummer. Hatte ich auch mal mit einer Kontakt, die in einer narzisstischen Beziehung, die dann vor Wut und vor Frust, vor Traurigkeit sich einen angefressen haben. Da sagte ich auch dann, selber schuld. Warum machst du das? Boah, ist das einfühlsam. Boah, ist das einfühlsam, ey. Weißt du, im ersten Teil wundert er sich, warum seine Ex-Freundin so fett geworden ist. Und jetzt kommt das. Dass er das da irgendwie zusammenschiebt. Das fehlt ihm. Wow, 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 wow. Die hatte Haufen weiße Macken. Und ihr Mann, Narzisst, auch manchmal gewalttätig, hat dem Haushalt seinen Arsch überhaupt nicht bewegt. Genau, und dann ist sie selbst schuld, er ist gewalttätig, sie ist selbst schuld. Dann möchte ich ihm schon wieder ins Gesicht streicheln dafür. Ja, der Dieter, der weiß halt, wie das läuft. Der hat halt sein Wissen aus Visionen und Eingebungen und von N24 und NTV. Er hat mich ausgedenkt, weißt du? Drogensüchtig. Für die Frauen natürlich gar keine Hilfe. Es ist auch erstaunlich, wie er über andere herziehen kann. Ja. Es ist so. Das, was er mit seiner Ex gemacht hat, das fällt ihm da gar nicht ein dazu. Nein, das, hallo, das ist er, er ist unfehlbar. Ja, ja. Ich habe heute noch nicht erwähnt, er ist auch wunderschön. Er ist schon wunderschön. Er ist wirklich wunderschön. Ach so, ihr Wahnsinnigen nochmal, ne? An die Subscriber. Die Timestamps, wo er Sachen macht, die aufs Bingo-Feld kommen können. Alter Junge. Und Bernd, du drehst jedes Mal so durch. Ich, äh, ich weiß gar nicht, was ich da noch zu sagen soll. Es ist, es ist, also ich freue mich meistens, ich sehe dann so, Bernd hat gesehen, wir haben Video gemacht und dann der zweite Kommentar ist ja immer, wann es losgeht, wegen Privatgesprächen und dann dreht er richtig frei. Affenfaust, an dich auch ganz liebe Grüße und wen ich jetzt gerade nicht namentlich erwähnt habe, fühlt euch trotzdem alle ganz lieb gegrüßt. Ich freue mich jedes Mal über eure Kommentare. Es ist einfach nur geil. Gestern war wundervoll. Wir hatten schon, wir hatten schon die Bedenken, dass wir ihn da ein wenig zu toll judgen, aber ihr seht das genauso und das finde ich großartig. Vielen Dank dafür. Absolut. Und in der Öffentlichkeit in dieser Beziehung habe ich dann erstmals erleben müssen, wie das ist, auch dazu muss ich damals sagen, war ich durch finanzielle Situationen, die wir hatten, wo sie auch mit selber schuld war. Klar. Wer soll auch sonst an deiner finanziellen Situation schuld sein, als andere? Es wäre ja auch total bekloppt, wenn man das erste Mal arbeitet und sich dann gleich einen riesen Kredit aufnimmt. Stimmt, das wäre total bekloppt und dann sagt so, jetzt arbeite ich nicht mehr und zahle den Kredit einfach nicht weiter. Also, wer sowas macht, das, also ne, müsste ich jetzt nicht, wer sowas macht, das ist ja ganz furchtbar. Da war nichts mit 67 Kilo, das war einiges weniger. Und sie dann mit ihren, im schlimmsten Fall, 188 neben mir? Der war noch dünner, das glaube ich nicht. Ich glaube, der stand lange nicht auf einer Waage. Das glaube ich auch. Also, auf diesem Bild, was man da kennt, da hat er locker zehn Kilo mehr. Das stimmt, ja. Manche, was da teilweise für Sprüche kamen, einige, habe ich gesagt, Halsmaul. Dann habe ich auch öfter extrem giftig geguckt. Ich wüsste nicht, wann er irgendwann mal giftig guckt. Nein, aber was kamen da für Sprüche, die die Spanne lange Handeln, nur dicke Dirn? Ich glaube, das war wahrscheinlich, wahrscheinlich klärt er uns jetzt auf. Jetzt geht es gleich wieder richtig was ab. Pass mal auf. Und ganz viele Atemspastiken bitte. Weil es in den meisten Filmen Gott sei Dank gereicht hat. Ja, wahrscheinlich, Dieter. Ich war in der Zeit, nicht trainiert, aber für jemanden richtig einen in die Fresse zu klatschen, hätte es gereicht. Natürlich, Dieter. Immer. Er glaubt immer, da kommt keine Gegenwehr, ne? Ja, er hat sich auch noch nie in seinem Leben wirklich gehauen. Kannst du mir sagen, was du willst. wenn hat er von irgendjemand mal Backpfeifen kassiert, aber gehauen hat er sich noch nie in seinem ganzen Leben. Oh! Gewaltfantasien. Und da habe ich dann selber zu spüren gekriegt, was für Arschlöcher existierten, nur weil jemand megamäßig dick ist. Ich selber habe in meinem Leben noch nie dicke oder fette Menschen abgewertet. Warte mal ganz kurz. Oh, ich kenne da einige Videos, wo du da so richtig vom Stapel lässt, wegen Leuten, die mehr auf dem Rippen haben, aber... Es ist zehn Minuten her in diesem Video. In diesem Video ist es ungefähr zehn Minuten her, genau. nur weil sie fett sind. Das Einzige, was mich dann tierisch nervte, wenn die wirklich psychisch eine Klatsche hatten oder sich alle schön geredet haben... Dann ist das in Ordnung, dass man die fertig macht, weil sie fett sind. Okay, Dieter, keine weiteren Fragen. Das ist so ähnlich wie, ich gehe davon aus, dass der bestimmte Messer bei sich hat, was er gegen mich benutzen könnte. Ich darf ihn töten. Ohne Grund. Geil. Das ist einfach so wirr alles. Stunken haben, als wenn sie, was weiß ich, Marathon gemacht haben. Äh. Gut. Ich möchte nicht wissen, wie der riecht. Nach Kaffeesatz und nix. Ich möchte auch nicht wissen, wie das bei dem in der Bude stinkt. Weißt du, ich mache mir bei ihm da einfach Sorgen, weil Wasser ist ja definitiv auch Chemie. Scheiße, ja. Wasser ist ja auch Chemie. Hm. Das könnte zu einem Problem werden. Kritisiert wahllos. Können wir das kriegen? Äh, klar. Das macht er sowieso eigentlich die ganze Zeit. Und da habe ich aber respektvoll ganz normal mit denen gesprochen. Wie immer. so respektvoll, wie du dich immer gegenüber jedem und allem verhältst. Wahnsinn, ey. Also generell muss ich ja jetzt sagen, dass ich jedem Menschen, der mir entgegenkommt, mit Respekt behandle. Weil ein Mensch verdient einen gewissen Grundrespekt. Und jetzt kommst du, der immer sagt, ja, seine Menschenrechte werden angegriffen, weil er nicht genug Hartz hinterhergeschmissen kriegt und das gegen seine Würde geht. So, die Menschenwürde anderer Leute zu respektieren, das liegt auch bei dir. Mein lieber Didi, das musst du auch. Aber Dieter ist halt einfach ein Poupanz. Da kann man halt machen, was man will. Richtig. Und ob man gegenüber jetzt lila Punkte hat oder 100 Kilo zu viel, ist völlig bumms. Es ist trotzdem ein Mensch. Ja, aber wenn der psychische Probleme hat und Ausreden dafür hat, dass er übergewichtig ist, dann ist das in Ordnung, dass man ihn dann nicht so behandelt für Dieter. Natürlich, gerade Menschen mit psychischen Problemen. Also, das kannst du dir echt nicht ausdenken. Wir wollten ihn heute gemeinsam hassen. Das können wir jetzt. Der macht mich fertig, wirklich. Ei, ei, ei. Wenn ein Arschloch in einem Fettwanst ist, dann sage ich auch Arschloch. Das ist wirklich eine Beleidigung. Fettwanst. Ja. Es kommt darauf an, was für ein Mensch da drin steckt. Welches Schicksal dahinter ist. Damit ich diese Leute angreife oder so sage, genauso blöd, wie man fett ist. Oh, wow. Oh, wow. Ja, Didi, ich sage bei dir einfach genauso schlau, wie du fett bist. Das wird ziemlich gut treffen. Ja, das passt. Das passt. Das hat dann schon seine Gründe, wenn ich sowas äußere. Das hat dann schon seine Gründe. Ja. Wenn ich alles sagen würde, wofür ich einen Grund habe. Ja, Heidi Witzker. Ah, das wird echt nicht besser hier heute mit ihm, ne? Nee. Aber er ist irgendwie, also heute ist er mit dem Bingo auch nicht so, finde ich. Also das könnte besser sein. Komm, Dieter, jetzt spiel doch mal ein bisschen mit wieder. Ansonsten würde ich sowas gar nicht sagen. Ja, du bist so doof, wie du fett bist. Das ist, äh, man könnte ja genauso sagen, ja, du bist so genauso dünn, wie du dämlich bist. Also genauso dünn, wie du unterbelichtet bist. Das ist genauso schwachsinnig. Ich habe schon Menschen gesehen, die waren so extrem dünn, da dachte ich mir, meine Fresse, bist du so ein dünner Typ? Oder bist du magersüchtig? Allerdings gibt es dann auch manchmal so echt krasse Sprüche, dass man denkt, jemand wäre irgendwo eingesperrt worden und runtergehungert worden. Oh, Didi. Jetzt macht er mir Angst. Hat er uns zugehört? Ich glaube, er hat vorher zugehört, ja. Das war bestimmt luziferisch-satanische, äh, Schwingung. Ding. Zeug. Oh Gott. Ja, äh, er ist aber nicht mit diesem Spruch einverstanden, hast du gerade gehört, ne? Also da judgt er uns jetzt für. Ja, ich bin auch mit vielen Dingen nicht einverstanden, die er sagt, dann soll er mich dafür jetzt judgen. Ja, mich bitte auch, Dieter. Ich, äh, tut mir leid, dass du damit nicht einverstanden bist, wenn man sowas sagt. Ja, uns tut es leid, dass du dich dadurch verletzt fühlst. Das ist aber nicht unsere Schuld, sondern deine. Richtig. Da gibt es aber auch Leutchen, da denke ich, meine Güte, bist du magersüchtig und denkst, du bist fett? Das ist ein Wunder, dass du noch laufen kannst. Das sind allerdings in seltenen Fällen solche Menschen, die dann so, ähm, spröde sind, wie das ja heißt. Ach so, das ist ein medizinischer Fachterminus, die Leute sind dann spröde. Gut. So dürre, da denke ich dann auch von Natur aus, so dünn, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Können wir uns bei dir auch nicht, Dieter. Weißt du, man sieht die Muskulatur in seinem Gesicht. Ja. Jetzt kommt er. Ja. Dann müssen die Menschen doch wenig essen, das geht doch gar nicht anders. Ah. Eben den Keks für die Erkenntnis. Ja, den wird er nicht essen wollen, weil das ist bestimmt ein Weizenprodukt mit Zucker. Dinkel. Egal, da ist Zucker drin. Mit Honig. Ist bestimmt satanisch-luziferischer Honig. Vielleicht. Nee. Wenn mir jemand extrem, ja, man sitzt so leicht an, ganz einfach. Man sitzt, so leicht an. Oh, da war ganz einfach. Da war ganz einfach, ja. Wo haben wir denn? Da. Es gibt sehr viele künstliche fette Eiweiße. Ach. Das denke ich mir auch gerade. Ja, künstliche fette und Eiweiße. Mhm. Ich, äh. Erkennt sie nicht, die Eiweiße, die aus dem Labor kommen. Ja, und die fette auch, ne? Also, ja gut, klar, du kannst aus, aus Erdöl kannst du, äh, fette machen. Die werden aber normalerweise nicht verzehrt. Im Normalfall werden die in den Tank gekippt. Oder, als Schmierstoff für irgendwas benutzt. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja großartig. Also, heute, heute, das ist, das ist ja, heute ist wirklich großartig, ja. Aber ich kenne diese Kopfhaltung, die habe ich gerade auch. Ja. Fett am Stiel, Fett am Stiel, ja, wie lege das da auf dem Bart hat. Fett am Stiel? Wo kann man das kaufen? Ich will das haben. Schon. Bitte mit Bacon-Geschmack. Jo. Den ganzen Dreck habe ich damals auch in mich reingehauen. und jetzt nicht mehr. Und das sieht man. Ja. Gott. Also, Essen. Das war jetzt erschreckend. Findest du? Ein wenig. Hatte ich dir das gestern nicht gezeigt? Du hast mir ein Short gezeigt, ja. Mhm. Aber, das hält so mittendrin, wenn er über Nahrungsmittel spricht. Ja, ich vermisse auch das Pferd in der Lasagne, aber es gibt halt nichts. Ähm, wie viel ich vor meinem intensiven Training gewogen habe, keine Ahnung, das müssen ja auch gut 70 Kilo gewesen sein. Also, voll durchtrainiert habe ich damals mit 16, 17, 75, nicht 25, Kilo gewogen. 75 Kilo bei einem Meter, was meint der immer, wie er groß ist? Irgendwas Mitte 1,80, 1,86 irgendwie, also so wie Rainer. Also, nee, Rainer ist ja 1,96, Entschuldigung. Mhm. Okay. Und dann, ja, da ist, da ist das Gewicht aber okay. Ja, 75 ist jetzt sehr schlank, aber. Ist sehr schlank, ja. Aber in Ordnung. Und jetzt 66 ist halt, ja, kannst ja mal so die ganzen, es gibt ja verschiedene Tabellen, aber ich glaube, da wird jede Tabelle sagen, das ist ziemlich untergewichtig. Ziemlich bis krank untergewichtig. Ja. Da wird aber dann wieder das Argument kommen, ja, aber. Ich bin ja Bruce Lee, ich bin ja Bruce Lee. Genau, die ganzen Bodybuilder, ja, das ist ein Unterschied. Du nimmst auch keine normale Bodymass-Tabelle für einen Bodybuilder. Nee. Das würde nicht funktionieren. Ich meine, laut Dieters Definition ist ja ein Eddie Hall auch viel zu fett, ne? Absoluter Fettsack. Ja. Burscht. Es ging nie drüber. Und dann diese völlig bekloppte, diese Bodymass-Index. Jetzt wird's echt gruselig. Jetzt wird's echt gruselig. Oder ist das, weil ich gerade meine Kristallkugel reibe? Solange du nicht deinen Kristallstab reibst, ist mir das völlig egal. Ene, mene. Und so weiter. Wo ja Gott sei Dank mal einige zugegeben haben, was für ein Schwachsinn das ist. Das haben einige zugegeben, was für ein Schwachsinn das ist. Wer waren die einigen und was macht die zum Experten? Und natürlich ist das, ne, mit dem BMI, das kannst du nicht auf jeden anwenden. Das funktioniert nicht. Es gibt eine genetische Prädisposition für, man ist etwas schlanker und etwas korpulenter. Es gibt ja auch Menschen, die haben viel, viel mehr Knochenmasse. Dementsprechend haben die auch meistens viel, viel mehr Masse so, weil da schon viel größere Muskeln und Sehnenansätze sind, ne? Ja. Absolut Muskeltonus. Hat meine Ärztin zu meinem Sohn gesagt damals. Ja, und natürlich ist das, für ihn gibt es nur Schwarz-Weiß. Es ist alles nur immer ein absolutes. Dieter ist ein digitaler Mensch. Bei ihm gibt es nur Eins und Nullen. Ja. Oh, ist das anstrengend, ey. Mann, ey. Dieter, ist zwar was anderes, aber Fifty Shades of Grey, ne? Weiß Bescheid. Äh. War so schlecht. Ja, darum geht es nicht. Es geht halt um 50 verschiedene Schattierungen von Braun oder Grau, Entschuldigung. Braun, mein Gott. Das ist die andere Maske. Das ist die andere Maske, stimmt. Oh Gott, ey. Das macht mich echt fertig hier heute. Oh Gott. Ja, aber wir müssen ja. Ja, ja, ja. Und weiter. Das muss durch. Ja, weiter jetzt. Weil jeder Körper ist individuell. Ja, Dieter, das ist wirklich, du kriegst jetzt mal Props. Das stimmt. Jeder Körper ist individuell. Du kannst für keinen irgendwie sagen, es gibt pauschal die Diät, die denen sofort hilft. Richtig. Weil jeder Mensch ein Individuum ist. Jeder hat einen anderen Kalorienumsatz. Jeder ist auch im Stoffwechsel ein bisschen anders. Jeder hat andere Symbionten in sich. Ja, ich mag Tieralk. Ich mag Tieralk auch. Der ist super. Hallo, Daniel Jackson. Das ist dieses 4C. Das heißt C4. Ja. Oh Gott, oh Gott. Kurze Frage. Mit wem könntest du das jetzt nicht machen? Mit Matti. Grüße gehen raus. Riese. Ganz viel Liebe geht raus an dich, Matti. Obwohl es, weiß ich nicht, ob der Stargate geguckt hat? Weiß ich nicht. Matti, Frage. Hast du Stargate geguckt? Schreib mal in die Kommentare oder sag es mir nachher einfach. Irgendwann wieder erboste Nachrichten. Ja, richtig dem. Verbrennungskreislauf. Verbrennungskreislauf. Mhm. Dieter, kannst du das bitte richtig und on detail mal erörtern? Das würde mich echt mal interessieren. Ja, wie man das verarbeitet. Da ist kleine Mädchen in ihm drinnen. Die schippen dann die ganzen Kalorien in so einen Ofen. Dieter, weißt du eigentlich, was Adenosin-Triphosphat ist? Nein, weiß er nicht. Ich frage für einen Freund. Es gibt Menschen, die sehr schwer zunehmen, wie es bei mir ist. Andere, die sehr leicht zunehmen. Andere, die genau das Mittelmaß sind. Und dann so ein bekloppter Index. Ich habe da, was weiß ich, innerhalb des letzten Jahres mal reingeguckt. Der Index ist genauso bescheuert wie damals. Ja, das liegt vielleicht daran, Dieter, dass die Genetik der Menschen sich unglaublich wenig verändert hat und dass es immer noch einfach als grobe Richtung genommen wird. Es gibt ja mittlerweile neben dem BMI noch zig andere Sachen. Da rechnet man ein Alter mit rein. Genau, der Alter, Geschlecht ist ganz wichtig natürlich. USW. Aber weißt du, warum Dieter das doof findet? Naja, weil er untergewichtig ist, wenn er da reinguckt. Absolut. Das ist hartes Untergewicht und deswegen findet er das doof, weil er hat doch eigentlich so viel Muskelmasse wie Bruce Lee. Aber Didi, ich sage dir jetzt noch mal eins. Ich betrachte dich als Individuum, okay? Ich sehe mir dein Gesicht an und ich sage dir auch, du bist untergewichtig. Ohne, dass das Lamedel der BMI ist. Richtig. Ja, sie müssen eigentlich 80 Kilo wiegen. Weißt du, was mich mit deinen 80 ganz am Arsch lecken? Du müsstest eigentlich 80 Kilo wiegen, mindestens. Oh. Oh. Da hat ihm wohl ein Arzt gesagt, dass er unterernährt ist. Das fand er gar nicht gut. Nein, das fand er gar nicht gut. Ich hätte da gerne Mäuschen gespielt. Oh, bitte. Komplett dummes Zeug. Nein, Dieter, ist es nicht. Du bist ein sehr, sehr mangel- und unterernährter Mensch. Guck dir das doch mal genau an. Es ist eigentlich egal, welche Tabelle du nimmst. Und ich wette, Bruce Lee hatte 10 Kilo mindestens mehr als du. Oh, ja. Auch wenn du die Reankernation von ihm bist oder die Bruce Lee, weiß ich nicht, Mumie. Keine Ahnung. Scheiße. Ich weiß, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin. Wir merken, wie gut es dir geht. Merken wir. Hilfe von Ärzten. Spätestens, wenn ich die Blutbilder sehe. Und beim letzten Blutbild gab es ein sehr intensives bis hin zu Anämie und irgendwelche anderen Sachen. Also das Blutbild lügt jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Da habe ich auch gesagt, das ist das erste Mal, dass jemand als Arzt, in dem Fall war es eine Ärztin, diese Werte mitgemacht hat. Genau. Hämoglobin wird nie mitbestimmt. Habe ich noch nie erlebt, dass beim Blutbild das Hämoglobin mitbestimmt wird. Nein. Gibt es eigentlich Tests ohne? Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, das wird immer mitgemacht. Du kannst sogar Hämoglobin-photooptisch allein bestimmen. Tatsächlich. Also, dass der, weißt du, oh, schönes Bild, dass der alles Mögliche an Mangel hat. Boah, das würde mich jetzt aber mal interessieren, Didi. Wie hoch ist denn dein HB? Und weißt du, woran das liegen könnte? An der Mangelernährung. Weißt du, warum? Du brauchst, du brauchst nämlich bestimmte Dinge, die du über die Nahrung aufnimmst. Das sind so essentielle Sachen, die der Körper nicht selber herstellen kann. Eisen zum Beispiel. Die sind, die sind halt in rotem Fleisch, in roten Früchten, rote Beete, aber halt besonders viel in rotem Fleisch drin. Und da wir ja evolutionär Allesfresser sind, kann es sein, dass es eventuell ganz sinnvoll ist. Musst ja nicht jeden Tag, musst ja auch nicht irgendwie das essentiell, irgendwie als einzige Nahrung nehmen. Nur das sollte man zwischendurch vielleicht einfach mal machen. Und wenn das nicht, Dieter, dann musst du anders irgendwie die Sachen zu dir nehmen. Aber wenn du mittlerweile, wenn da von einer Anämie gesprochen wird, dann bist du ja weit unter dem, was für einen normalen Durchschnittsmann. Ich glaube, das sind 14, was waren das, 14 Gramm pro Deziliter, glaube ich, an Hämoglobin musst du ungefähr haben. Dann bist du, also dann darfst du so gerade Blut spenden als Mann. Ja, aber gerade so mit Hängen und Wirken und lieber nicht. Ja, das musst du dann, also wenn du zur Blutspende gehst, glaub mir, die wollen dein Blut haben, die machen ja Kohlen damit, aber darum geht es jetzt nicht. Dieter, im Normalfall hat ein Mann so ungefähr 16 Gramm pro Deziliter Hämoglobin. Ich würde gerne mal wissen, wie viel hast du? Weil wenn da von der Anämie gesprochen wird, dann bist du unter 10 mit Sicherheit und das ist wirklich, ja, sagen wir mal so, dann weiß ich ja, dass wenn du vor mir stehst, dann muss ich ja nur 10 Meter rennen und dann liegst du an der Erde, weil du keine Luft mehr kriegst, weil du nur jappst. Eieieieieieiei, du fitter Killer, du Navy SEAL, du Mann, 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 Das hat was mit Sauerstoff zu tun. Ich empfehle dir da mal, es war einmal, Das Leben? Ja, das ist eine französische Cartoon-Serie, aber das ist ja luziferisch satanisch bestimmt in seinen Augen. Und da erzählt man dir, wie die kleinen Blutkörperchen den Sauerstoff durch die Veden tragen. Ja, und das machen die, weil die haben Hämoglobin, was aus vier Häm-Einheiten besteht. Zweimal Alpha und zweimal Beta. Ich kann dir das auch ganz genau erklären und dann wird, in der Mitte ist da ein Eisenatom und da bindet der Sauerstoff dran. Ich kann dir das alles ganz genau erklären, wenn du das mal möchtest. Nur, wenn das nicht da ist, wird auch kein Sauerstoff transportiert. Ist logisch, oder? Ei, 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 ei. Würde mich echt mal interessieren. Was schätzt du? Der hat unter 10, ne? Gramm pro Deziliter, ne? Also wenn, wenn, wenn wahrscheinlich sogar noch weniger. Acht. Ja, das ist aber dann schon echt richtig annehmen. Hm? Ich glaube, acht. Ja, ich glaube, ich glaube, der hat so zwischen, ja, ich glaube, der hat so neun um den Dreh, neun um den Dreh hat er so. Der ist ja nicht nur anemisch, der ist ja auch völlig, völlig ausgetrocknet. Der ist Drehfleisch. Ich meine, gut, das ist halt so, wenn man, äh, sich haltbar machen will. Das nennt sich gefriertrocknen, oder, oder, äh, pökeln. Ich glaube, der Dieter ist ganz gut gepökelt. Ja. Dann mache ich ja alles richtig. Was? Okay. Wenn er also annehmen ist, dann macht er alles richtig? Unterwerte, weil ich mal vegan gelebt habe, was das Dümmste war, was ich machen konnte. Hä? Er verlangt von seiner Frau, dass sie mindestens Vegetarier ist, am besten vegan, aber das ist das Dümmste, was er je gemacht hat. Okay, die, wow, okay, cool. Ah. Einflüsse. B-Vitamine hatte ich und Mangelwerte, Jod, D, weg. Dafür habe ich allerdings ein paar Jahre gebraucht. Er hat Jahre gebraucht, um diese Mangelwerte auszugleichen. Respekt. Und ja, das kommt ja mit dazu, auf sich zu achten. Es gibt Menschen, die können vegan leben. Ich möchte eigentlich gar nicht weiterhören, das regt mich schon wieder öff. Entschuldigung. Lass mich mal schnell kurz ausholen. Theoretisch ist es jedem Menschen möglich, vegan zu leben, wenn er sich mit dieser Ernährung beschäftigt und weiß, was man wo ausgleichen muss und womit. Finde ich jetzt nicht so schwer, diese Überlegung. Bin fertig. Immer deutlicher und andere können es halt nicht, weil sie bestimmte Nährstoffe brauchen. Also dieser ganze vegan-extreme Äh. Das habe ich doch gerade erklärt. Ja, andere können es nicht, weil sie bestimmte Nährstoffe brauchen. Also Dieter, wie gesagt, es gibt essentielle Dinge, die du zu dir nehmen musst, weil du die nicht selber synthetisieren kannst, die musst du über die Nahrung zuführen. Und wenn du das nicht machst, dann wirst du einen Mangel haben und dann wirst du krank. Und dann sieht man hinterher aus wie eine vertrocknete Mumie. Blödsinn. Ja, vegan ist ein völlig dummes Zeug. Es wird in der Natur gejagt. Tiere untereinander sind auch sehr grausam. Oh nee, jetzt geht der Talk los. Jetzt geht der Fleischessen Rechtfertigungstalk los. Ich meine, soll das jeder machen, aber er soll bitte auf die Haltung gucken. Ja, und vor allen Dingen, vor wem will er sich denn jetzt schon wieder rechtfertigen? Ich judge ihn doch gar nicht dafür. Ich judge doch gar nicht, dass er Fleisch ist. Das ist doch völlig legitim. Das steht ihm doch frei. Ja, aber er hat doch erst gesagt, dass mindestens das und sowieso. Ach so, er möchte das von anderen nicht oder von seiner Partnerin nicht, aber er darf es, weil ist ja sonst mangelernährt. Das kannst du dir doch nicht mehr ausdenken. Also wirklich, das kannst du dir doch nicht mehr ausdenken. Du kannst mir sagen, der trollt uns doch. Nee. Klauen Eier, klauen die Kinder, klauen die Schwächeren, die nach hinten bleiben. Da krieg auch ich so ein Rohr. Er regt sich über Tiere auf, die andere Tiere verspeisen. Wenn wir darüber reden, dass er ein Rohr kriegt, wenn Tiere Tiere töten. Das ist ziemlich eklig. Schon. Wenn ich das sehe in Dokumentationen oder dass die leben. Ich stelle dir mir das vor, der sitzt den ganzen Tag zu Hause auf seiner Couch und kriegt einen Tobsuchtsanfall nach dem anderen. Der macht den Fernseher an und rastet aus. Da hat eine Katze einen Küken gefressen. Er ist sofort auf 180 und macht das Er guckt eine Savanna Löwen Doku, wo dann Gnu gerissen wird. Dieter rastet komplett aus, Fernseher fliegt erstmal bei den Nachbarn aufs Grundstück. Ja, das sehe ich ihn. Ja, ich auch. Sollen sie erst schlachten? Nee, sie sollen erst gucken, dass der Tod möglichst nicht grausam ist. Am besten, wir sollten mit den Löwen mal reden, dass die vielleicht einfach mal Rinder züchten und das ein bisschen gesitteter machen, als da in der Savanne. Das finde ich ist eine gute Idee, Dieter, das machen wir so. Und den Wölfen hier in Deutschland bringen wir dabei, wie man Spargel sticht. Oh, das ist eine gute Sache. Mit deinem Schwachsinn, mit vegan, das liegt ganz einfach daran, wie in der Mastzucht, was ist denn Mastzucht? Ein Turbo züchten, völlig unnatürlich, mäßt denn, da könnte ich die Leute schon Mastzucht auch für die Weihnachtsbraten immer die Leutchen, die müssten so eine knüppelharte, gnadenlose Strafe haben, dass die schon Angst ausschwitzen. Das ist nicht mehr normal, ne? Wow, hatten wir Gewaltfantasien schon? Ja. Also jetzt hatten wir es nochmal. Jetzt hatten wir es nochmal, ja. Dass sie das nicht mehr machen. Tja, Dieter, was soll ich dir sagen? Bei meinen Schwiegereltern, die hatten jetzt Enten. Und die sind ziemlich prall und dick geworden. Die wurden vorletztes Wochenende alle geschlachtet. Rate mal wofür. Richtig, für Weihnachten, lecker. Mhm. Also wir müssen nicht darüber diskutieren, dass Gänse Stopfe lieber nicht sein muss. Nein, das passierte auch nicht. Die sind freilaufend gewesen und da konnten sie sich auf einem riesigen Grundstück frei bewegen und konnten alles wegschnattern, was sie wegschnattern wollten. Ich meine, um Gottes Willen nicht deine Eltern. Ich weiß, dass die gut sind. Nee, nee, also absolut nicht. Das ist also mehr Freihaltung wie da geht nicht. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, das ist bestimmt ein Hektor, worauf die laufen dürfen mit den Hühnern zusammen. Wenn man hier durch die Gegend fährt, dann hat man auch ganz viele Weiden, wo Martins Gänse drauf sind. Die blitzen durch die Gegend und haben ein tolles Leben, soweit man halt, ja, also Tieren, die man isst, ein tolles Leben garantieren kann. Ja, naja. und eine artgerechte Züchtung und eine für uns artgerechte Ernährung und auch artgerechte Züchtung, mhm, mhm, okay, für Tiere artgerechte Ernährung, dann würden sich die Menschen wundern, wie massiv sich ihr Verzehr an Fisch und Fleisch reduziert. Diese ganze Scheiße an Wurstware, wo sowieso beschissen wird bis zum Geht nicht mehr, dass man aufpassen muss in Testverfahren, ist das nun wirklich sowas wie Leberwurst oder ist das genauso wie ein Currywurst, also ich schmeiß eigentlich jeden Scheiß rein und mach eine Wurst draus. Genau, Currywurst, nur aus echten Curries. Kennst du die Döner-Tiere? Da schneiden sie einfach nur den Kopf und die Beine und die Arme ab und dann kommt das auf den Spieß. Döner-Tier. Döner-Tier! Oh Gott, ey. Ja, Dieter, das ist aber schon sehr lang bekannt, dass alles, je feiner das Brät ist, desto mehr Scheiße kann man da reinmachen in der Produktion, ohne dass es auffällt. Das ist bekannt, Dieter, das ist aber nichts Neues, das ist eigentlich schon immer so gewesen. Da ist auch ein Haufen Restverwertung dabei. Alles, was auf dem Teller nicht hübsch ist, wird in die Wurst geschmissen. Ja, und dann gibt's halt so ehrliche Würste, das ist dann so eine schöne Sülze, da sieht man halt, was drin ist. Didi, du sagst ja, du isst nur Bio-Fleisch. Hast du dir schon mal Dokus angeguckt über die Fälschungen von Bio-Siegeln? Und die Problematik mit den vielen verschiedenen Bio-Siegeln und die verschiedenen Richtlinien in verschiedenen EU-Ländern, wo eventuell auch das Fleisch herkommen könnte, wo Bio draufsteht. Export, Reimport. Aber wir haben hier ja Expert und deshalb sagt er, wie es ist. Er hat das ja vorher schon erfunden. Natürlich. Da wisst ihr überhaupt nicht, was ihr da in euch reinfresst. Als ich das rausgefressen, ich hatte auch meine Zeit lang Currywurst gefressen, bis zu meinem 30. Lebensjahr und als ich dann rausgefunden habe, was das eigentlich ist, mancher Currywurst ist das irgendwie ein Haufen aus Fett und was gemischt, wie ich das gelesen und gehört habe. Ach! Wirklich? Dieter, wirklich? So wird Wurst gemacht? Wow! Könnte es auch sein, dass man gewisse Fette einfach braucht und Fett generell ein Geschmacksträger ist? Ich weiß nicht, ob das so ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, Lamette. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es essentielle Fettsäuren gibt. Ja, für ihn nicht. Sieht man. Da hätte ich wirklich im Strahl kotzen können, seitdem ruhe ich das Zeug nicht mehr an. Natürliche, gesunde Ernährung. Achso, es geht ja um Single sein, komplett anderes Thema ist gerade, Ernährung. Achso, ja, 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 ja. Du würdest dich wundern, viele Dinge, wo du dir einbildest Heißhunger, die du gar nicht mehr brauchst. Das ist nur durch Suchtstoffe. In der Verarbeitung, durch bestimmte Produkte, auch diese ganzen... Wer kennt's denn nicht, die Wurst mit Kokain? Also, weißt du, wenn ich mir überlege, dass die bei Coca-Cola und so immer ständig die Formel ändern, dann bin ich dafür, die gehen back to basic unterlassen in Ruhe. Machen die das wirklich? Ich trinke halt keine Cola, weil ich das, weiß ich nicht, also ich trinke selten Cola, so im Sommer mal, weißt du, so die klassische 0-2er-Glas mit Kronkorken eiskalt, das ist geil, das ist geil, das ist absolut super. Das reicht aber dann auch. Ach, jetzt gibt's doch Vanillacola und... Also, nee, die alte Sherry Coke, also für die, die die noch kennen, also die 80er-Jahre Sherry Coke, die dann hinterher, weil da zu viel BASF drin war, verboten wurde, die war geil, die war richtig geil, die war auch nur so geil, weil da so viel BASF drin war. Ja, das war ja das Problem an der Sache, ne? Boah, die war lecker, ey, boah, war das spitze, das Zeug. Gönnt euch Sachen, um Gottes Willen. Ja, mitnehmen kannst du eh nix. Aber man kann sich auch jeden Tag zu einem Kriegsszenario machen und dann sieht man hinterher, Alter, Schnippeltunen kann man jetzt auch wunderbar, guck dir das mal an. Oh, wo wir gerade von Geifer reden. Ach Gott, weiße Didi. Es ist einfach alles so schlimm und dann redet er so halbseitene Sachen und hat dann doch keine Ahnung und doch hat ein Doku gesehen, ich habe Ahnung. Der von Dedica hat gesagt, das stimmt. Naja. Ich habe von dem auch Bücher gelesen, wäre ja nicht so. Der ist ja ein Bestsellerautor mit seinem Geschwurbel. Ja, und ich habe es als das genommen, was es ist, Fantasy. Ja, es macht ja auch Spaß und es macht auch Spaß, sich Fragen zu stellen, wie kann das sein, wir können es nicht erklären, aber da dann irgendwelche Präastronautik-Sachen draus zu machen und dann diese ganz wilden Theorien da mit vor 20.000 Jahren kamen. Ja, ich sage nur so viel, ne? Dumm, 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 dumm. Mhm. Sie klauen unsere Jobs. Mhm. Süßwaren und Salzwaren, die braucht kein Mensch. Hä? Süßwaren und Salzwaren, die braucht kein Mensch. Ne, ist richtig, also es ist jetzt nichts, was zu einer essentiellen, also zumindest süßwaren. was ist denn für ihn eine Salzware? Meint der Knabberkram, Chips und sowas? Ja. Oder wie definiert er das? Wahrscheinlich. Ja, ich glaube schon. Okay. Die esse ich schon seit extrem langer Zeit nicht mehr. Ja, das ist schön für dich. Gar kein Bedürfnis mehr danach. Auch schön für dich. Und weiter? Weil ich diese, weil man mit einer natürlichen Ernährung diese Scheiße nicht braucht. Fertig. Aha. Oh weia. Dieter, es gibt zum Beispiel Sachen, die lecker sind. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Gönnt man sich? Das gönnt man sich, genau. Ach so. Mal. Das klappt ja immer so schlecht, wenn man, wie war das noch? Keine Selbstkontrolle hat. Ja, und ich glaube, so richtig gönnen kann man in seiner Situation auch nicht. ganz ehrlich, für eine Tüte Erdnussflips reicht's. Didi, möchtest du eine Tüte Erdnussflips? Ich schick sie dir. Nee, das wäre ein satanischer Angriff. Lass das mal besser sein, ey. Sonst setzt er sich dann da hin und macht da irgendwelche Räucherrituale, um dir zu schaden. Dann kommt hinter sein Kobold und kratzt dich an der Nase. Den hab ich ihm ja geschickt. Ach so. Ach, du hast den, ach, der, Annahme wird verweigert, geht direkt zurück an dem Erdnussflips. Sehr gut, ja. Wie hat das der Herr Sass mal passend gesagt? Als erstes wurde der extrem deutlich 2006. Herr Sass. Wer ist denn Herr Sass? Ich habe keine Ahnung. Jemand, der Herr Sass kennt, bitte mal in die Kommentare rein meddeln. Du kennst jetzt diesen Sass und setzt es was. Herr Sass. Ich will das jetzt eigentlich nicht googeln. Also, ja. Okay, dann hören wir mal, was der Herr Sass, der wird ja wahrscheinlich einer. Dulli X hat gesagt, übrigens. Oh, ja. Die Menschen wissen gar nicht, was für eine Scheiße sie da in sich reinfressen und saufen. Weil sie sich überhaupt nicht informieren und dadurch völlig unfähig sind, fein zu schmecken und zu riechen. Können sie gar nicht. Hm. Also ich esse so ziemlich alles. Es gibt wenige Sachen, die ich nicht esse und ich kann sehr, sehr gut schmecken und riechen. Ich kann auch ganz gut kochen, möchte ich mal für mich behaupten. Das kann ich bestätigen. Ah, Gott. Schick mir immer Bilder und ich werde dann immer neidisch. Ja, Foodporn halt. Ja. Oh, ich glaube, das war jetzt der Genickbruch für Monetarisierung. Weißt du, ich halte mich extra zurück, sowas nicht zu sagen und jetzt kommst du. Das wird sowieso aufgrund seines Gesichtes und seiner Aussagen wird jedes Video und ja, ist sofort Hate Speech. Ja, wir haben ja gestern aber auch schon festgestellt, dass sein Gesicht nicht werbefreundlich ist. Er muss nicht mal was sagen. Es reicht, wenn er irgendwelche Uga-Uga-Laute macht. Das war übrigens wunderschön, Didi. Das hast du toll gemacht. Ja, ja. Hat mir den Tag ein bisschen versüßt. Richtig. Man, ja, so krass, man muss es so deutlich sagen, damit auch wirklich der größte Trottel mal wach wird und merkt, was er da für eine Scheiße frisst. Ist auch richtig. Und zum Beispiel Buttercreme-Torten, Sahne-Torten, wenn das echte, wahre wäre. Was ist das? Hä? Wie definiert man jetzt echte Ware? Mit echter Sahne und richtigem Fett. Ja, mit was soll das denn sonst sein? Ja, mit im Labor gemacht. Ja gut, Palmenfett ist jetzt nicht das Beste, aber das kommt auch nicht aus dem Labor. Ja, aber das hat er jetzt garantiert irgendwo gesehen, weil das sind künstliche Fette und deswegen sind die Sachen, die man von Kopenrad und was weiß ich alles kauft, das sind böse Sahnetorten. Ah, luziferisch-satanisch aus schamanischer Sicht wahrscheinlich. Gut, gut. Und die, die man daheim macht, wo man die ganze Zutaten vor sich hat, das sind gute Sahnetorten, aber die werden, jetzt kommt er wahrscheinlich mit, das wäre sehr uferlos teuer, deswegen könnte man das ja gar nicht kaufen. Boah, wenn das jetzt wirklich kommt, dann ist die Kristallkugel am Stittel. und dieses Abgetautes, das Zeug würde zusammenfallen zu einer Suppe und Soßen und Suppen künstlich zu erstellen und einzufrieren, gibt es nur ganz wenige Firmen, die dann wirklich natürliche Sachen herstellen, weil das offensichtlich sehr schwer ist. wäre es. Ja, es ist schwierig so, ich meine... Ja, Dinge gefriertrocknen, das ist wohl ganz schlecht. Das hat man auch noch nicht erfunden in der Industrie. Nee. Er hat wahrscheinlich noch nicht mitgekriegt, dass wenn du, ich sag mal, hochwertige Tiefkühlkost holst, dass da noch mehr Vitamine drin sind, als in den Sachen, die frisch in der Auslage liegen. Ja. Und wenn man es daheim dann noch kocht. Schwackgefrostetes Gemüse ist ziemlich gut. Ja. Gerade im Winter, wenn man nicht an frische Ware rankommt. Das ist absolut fantastisch. Also der Iglu Blattspinat zum Beispiel, der ist, ich finde zwar, wenn du wirklich frischen Salat holst, äh, frischen Spinat holst, das finde ich eigentlich schon noch ein bisschen geiler. Ähm, aber der ist grundsätzlich nicht schlecht. Zum Beispiel jetzt, Also nur als Beispiel. Ich liebe Spinat, also deshalb, ja gut. Und Mangold und so ein Kram. Äh, naja. Dieses ganze künstliche Zeug, ich habe das ja selber erlebt, wie ich immer mehr Zusatzstoffe, Zucker, Pfeffer abgebaut habe. Wer kennt es nicht, den künstlichen Pfeffer? Aus, aus den, aus den, aus den, aus den, aus den Zusatzstoffen, aus den, aus den Zusatzstoffen, 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 der künstliche aber nur, der, der aus, aus den Plastikpfeffers rausgemacht wird, Ja, 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 mhm, der aus dem Pfeffertilchen gequetscht wird. Genau. Hochfeine Riechen und Schmecken wieder zurückkamen und ich mich selber gewundert habe. In einer einzigen Praline, in einem einzigen Stück Schokolade rieche ich schon wieder so nach Zucker stinkt und nach einer Praline nach Zucker stinkt. Der Kopfschmerz wird mehr. Ja, ja, mhm. Die auch dann mit Alkohol und da brauche ich ein, zwei Tassen Tee oder Kaffee, damit mir nicht mehr schlecht ist. Ich dachte, er trinkt keinen Kaffee. Ich dachte, der haut sich nur Kaffeesatz in die Haare. Also, er widerspricht sich jetzt schon ziemlich viel selbst, ne? Vor allem Tee. Ich möchte gerne mal seinen Tee sehen, den er da hat. Aus Heilkräutern und weißem, äh, äh, Baldrian. Ja, das ist ein Lieblingstee. Das ist sein Lieblingstee. Aber ich möchte gerne sehen, was er für Packungen in der hat. Ja, das sind doch keine Packungen. Er ist doch echter Schamane. Der geht in die Natur und pflückt das alles. Es gibt tolle Heilkräuter in Deutschland. Also, davon mal ganz abgesehen. Aber weißen Lotus kriegst du hier nicht. Wusstest du eigentlich, äh, jetzt mal wieder so ein, so ein Funfact, äh, an der Seite. Ähm, viele denken ja, hier Rucola ist ja so total italienische Küche. Nö, die Germanen kannten den schon, haben den auch schon gefressen. also, ja, aber nicht unter dem Namen. Nee, nicht unter dem Namen, aber das ist halt Löwenzahnverwandter, äh, verwandtes Zeug und, ja, das kannten die Germanen schon und wussten, dass man das fressen kann. Rucola. Äh, jetzt, jetzt bin ich verwirrt. Wer hat's erfunden? Die Germanen. Nicht die Schweizer? Nein, die Henrikola. Stimmt. Und was meine Haarbrache betrifft. Ha, 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 du meinst den Besen, der bei dir auf dem Kopf abgebrannt ist, oder was? Ui. ein Besen ist schon sehr viel Kudos, die du ihm dazu kommen lässt. Ja, oder ist das irgendein Tier, was auf deinem Kopf verendet ist? Das hatte ich ja letztes Mal gefragt. Ich war irgendwie so mehr bei Algen, weil, weißt du, wenn Faultiere haben, da filmen sich Flechten auf denen, wenn sie sich nicht genug bewegen und das sehe ich da ähnlich. Hm, wie ich pflege. Pflege? Ich hatte mal Aloe Vera Gel. Toll. Aber 1,99, ja, 90 Prozent, ganz klasse. Irgendein Pulver, das wird ja auch berichtet, schön und gut. Wenn es vollwertig, nicht vollwertig, ganz, ganz sicherlich nicht. Weil die ganzen Nährstoffe, die dann auch bewirken, dass die Haare wachsen, in diesem Gel fehlen. So, jetzt, jetzt bin ich komplett, ich weiß nicht, ein Aloe Vera Gel, das ist einfach ein Dexpanthenol Gel. Ja, Dieter, herzlichen Glückwunsch, du hast ja richtig Ahnung wieder. Ich gucke hier mal gerade, ich habe nämlich ein Aloe Vera Gel hier stehen. Ja, da ist wahrscheinlich, da ist nichts drin, außer, außer fehlt alles, ne? Also alles, vor allem das Dexpanthenol, worum es eigentlich geht, das wird mit Sicherheit da drin fehlen, ne? Vitamin C. Gut. Wasser. So, drauf steht, 100% Nature. Hm, ja. Hm, doof. Ja, dann kauf dir doch eine verdammte Aloe Vera und schmier dir die in die Haare. Ja, kannst du auch machen. Kriegst du in jedem Baumarkt, Dieter. hab ich in einem Jahr Haarpflege auch gemerkt. Erstmal sahen die unmöglich aus. Das ist jetzt viel besser. Ja, also wirklich, Dieter, das muss ich wirklich sagen, also das hat sich wirklich gebessert. Überhaupt nicht so wellig wie jetzt. Wo ist denn das wellig? Das sieht aus, wo sind da denn Haare? Ich wollte gerade sagen, das sieht aus, als wäre da irgendwas passiert, aber wo ist denn das wellig? Kaputtes Stroh ist das abgebrochen bis zum Gehtnichtmehr. Man, man, Man versteht auch nicht, dass wenn eine Haarwurzel mal tot ist, dass sie tot ist. Und dass du dir Aloe Vera drauf schmieren kannst, wie du möchtest und um das Feuer tanzen, die wachsen trotzdem nicht nach. Genetik. Bei Dieter wachsen die nach. Ja. Der pöbelt die dann so lange, die tote Haarwurzel, bis sie wieder wächst. Und vorher droht der Überschläge mit der Kette an. Und eine Anzeige gibt es auch natürlich, wegen Verleumdung. Ich möchte sehen, ich würde bezahlen dafür, zu sehen, wie er versucht, mit seiner Kette die tote Haarwurzel zu prügeln. Das sieht dann so aus, als er sich das Nanshark nur dreimal vor den Kopf geschlagen hat. Richtig, ich möchte das sehen. Didi, tu das. Und sie sind kein Stück gewachsen. Was soll ich mit der Scheiße dann? Echtes Alu wäre, das ist mega teuer. Nein. Die Pflanzen sind total, total günstig. Und wenn du denen nur ein ganz bisschen Wasser ab und zu gibst und eventuell mal einmal im Jahr so ein ganz bisschen Dünger, dann wachsen die von alleine wie irre. Und vermehren sich noch. Da kannst du Ableger von machen. Da kannst du dir dein ganzes Wohnzimmer mit Alus voll klatschen. Das geht auch relativ schnell. Du musst die nur an den einigermaßen lichten und nicht zu kalten Ort stellen. Dann wachsen die wie blöd. Da kommst du mit dem Umtopfen nicht hinterher, so groß werden die. Ja. Und die sind unglaublich teuer, ja. Ich weiß nicht, was hat meine gekostet? 2,99, glaube ich. Und die war schon recht groß. Ich habe meine aus dem Sterberegal. Die war nicht teuer. Hm. War schon mit dem roten Sticker. Hm. Und die mitgevors verreckt. Hm. Und dann hatte ich gelesen, Haarpflege, Kaffee. Das hatte mir schon mal irgendwer gestoßen. Ich habe da nicht drauf gehört. Niemand hat dich gestoßen. Niemand. Ey, jetzt probierst du das mal. So, 10, 20 Minuten da sitzen. Ist scheiße. Beim Duschen dann alles rausspülen. Ich brauche hinterher nichts mehr reinpacken. Am Anfang habe ich noch Leinsam-Gel mit reingemacht. War zu viel für die Haare. Ja, okay. Ja, ja. Warum auch immer. Aber ja, okay. Ja, bestimmt. Ja. Dann habe ich es ohne gemacht. Am Anfang hängen sie auch etwas durch. Und dann wellen sie sich immer mehr und dann sind sie richtig schön. Das ist das vierte Thema, was ja nichts mit seinem Single-Dasein zu tun hat, ne? Weißt du, wenn man seine Haare anzündet, dann wellen die sich auch. Nicht, dass wenn die Haare sich wellen, das gut ist für die Haare. Entfettet. Aber nach zwei, allerhöchstens drei Tagen geht der ganze Mist wieder von vorne los. Und auch wenn das dann losgeht, dann mache ich mal vorsichtig Kaffee rein, dass sie genug sind. Ich spüle es aber nicht aus. Ich lasse es drin. Das geht dann. Noch. Aber sie werden trotzdem fertig. Ich... Oh, nee. Das ist ja Wahnsinn. Weißt du, er reibt sich da den Kaffee in die Haare, wundert sich, warum die irgendwie komisch ausschauen und wahrscheinlich auch nicht besonders gut riechen. Und dann, ja, aber dann sind die wieder fettig. Alter! Das liegt vielleicht daran, dass Haut und Haare fetten. Das müssen die tun. Die Haare jetzt nicht, aber die Haut hat ja sogenannte Drüsendieter. Da können wir jetzt wieder auf die Histologie der Haut eingehen. Die produzieren Talg. Körpereigenes Fett, Dieter. Aber das... Ich verstehe gar nicht, wo soll denn das herkommen bei ihm eigentlich, wenn er kein Fett zu sich nimmt? Ja. Dieter, ich stelle die Frage für dich. Du bist ja so ein Experte, was den Stoffwechsel des Menschen angeht. Wie kann das denn sein, dass wenn du kein Fett zu dir nimmst, dass trotzdem Fett aus deiner Haut kommt? Wie zur Hölle kann das sein? Das ist ja, das ist ja... Also, er ist ein Miracle, ne? Also, Wahnsinn. Er ist ein Miracle. Zumindest wäre er ein Fall für mehrere psychologische Studien. Da kannst du, da kannst du deine Doktorarbeit drüber schreiben. Ja. Weil, also, ja, mehrere ist vielleicht sogar noch numerisch zu klein. Alle. Alle, ja. Ich sehe, alle drei Tage dann, die ich sowieso am Duschen und dann mache ich das wieder und das ist hervorragend. Und seitdem, die sind gut, endlich eine Handbreit nachgewachsen. Sie waren mal schön lang, wie an alten Videos zu sehen war. Irgend so ein Arschloch. Das habe ich nicht richtig gemerkt. Er möchte jetzt jemanden für seinen natürlichen Alterungsprozess und etwaige schüttere Haare aufgrund von Mangelernährung möchte er jetzt irgendjemanden für verantwortlich machen, ne? Oh ja, da kommt jetzt, irgendwer hat ihm seine Haare durch ein Ritual kaputt gemacht. Hat sie mir in der Zugfahrt mal abgeschnitten. Das kann ich mir jetzt, nein. Ja, natürlich, man hört das ständig. Da laufen Leute durch die Züge und schneiden Leuten die Haare ab. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt wirklich nicht. Ja, ich auch nicht. Hätte ich das gemerkt, das waren Ausländer. Alter. Och nö, nicht den Torg jetzt. Dem Typen die Zähne ausgeschlagen. Ich bin gerade wirklich wieder, also ich bin jetzt noch fassungsloser als vorher. Er behauptet wirklich, dass während einer Zugfahrt jemand unbemerkt, also er weiß nicht, wer es war, er hat es nicht gemerkt, ihm die Haare geschnitten hat und das war definitiv ein Ausländer, den er aber die Zähne eingeschlagen hätte. Das hat er jetzt wirklich gerade gesagt. Ja. Nee. Wie kommt er auf sowas? Ja, ich weiß nicht, wer das ist, aber war ein Ausländer. Nochmal, er hat gesagt, ihm wurden unbemerkt, war ja während einer Zugfahrt die Haare abgeschnitten, das war ein Ausländer. Ja. Mal gucken, vielleicht fühlt er das noch weiter aus, vielleicht kriegt das dann irgendwie einen Sinn. Nein. Das hätte ich gemacht, hätte ich das mitgekriegt, der hätte so extrem was auf die Fresse gekriegt und dann hätte ich Fotos gemacht, auch von den Haaren, hätte ich gesagt, das war die Antwort, was er gemacht hat. Dann wäre es nämlich Körperverletzung gegen Körperverletzung gegangen. Ich glaube das gerade wieder nicht. Sie glauben davor nicht im Ernst, dass ich dieses Arschloch, dass ich da noch friedlich bleibe. Fertig. Mit wem redet er denn gerade? Mit dem imaginären Anwalt. Ist er gerade, nee, er ist wahrscheinlich nach der Zugfahrt, wo er dann meinte, ihm wurden die Haare geschnitten, zur Polizei gegangen, hat er dann irgend, oder ich weiß nicht, mit wem reden sie? Er meint, er hätte, weil, wenn er das gemerkt hätte, dann hätte er auf die Körperverletzung dieser Person, die ihm die Haare abgeschnitten hat, hat ihm aufs Maul gehauen. Ja, ja. Das ist Körperverletzung gegen Körperverletzung gewesen. Ja, er versucht jetzt wieder, wenn er sich strafbar verhält, das zu rechtfertigen. Ja. Und meint, das passt so schon in der Relation. Ja. Dieter, ich kann dir sagen, nein, das wird nicht funktionieren. Nein. Aber nochmal passiert mir das nicht, weil ich habe den dann richtig, das nur noch ein bisschen rausguckt, also so ein Zopfknoten praktisch, also zusammengebunden, das würde auch noch im Ansatz nochmal einer versuchen, und der wirklich sofort einen einschwingern würde für den reichen. Für den? Mhm. Okay. Ja, er guckt die Marvin-Videos. Dass irgendjemand sich einbildet, den Menschen den Haare abschneiden zu dürfen, da kriegst du im freundlichsten Fall von mir volles von Arzt aufs Maul. Okay. Okay. Er möchte jetzt hinaus auf die langen Haare, dass die in manchen Kulturen als Männlichkeitssymbol gelten. Ja, ja, er springt jetzt wieder, er geht jetzt wieder dazu, dass angeblich ja auch allen Indianern dann die Haare abgeschnitten wurden. Ja, das gab es, das gab es tatsächlich, das gab es nachweislich, ja, das ist tatsächlich so, ne, dokumentiert worden mal, auch historisch und so, ja, aber was hat das denn jetzt mit dir zu tun, Dieter? Du bist mangelernährt, hast ein gewisses Alter und ich sag mal so, wie Lamedl schon sagte, ne tote Haarwurzel, da kommt nix mehr und es gibt auch so ein, ja, Haare haben, also so eine Haarwurzel hat programmiert, wie lang das da rauswächst. Ja. Und je schlechter du dich ernährst und je älter du wärst, kann ich dir sagen, desto schwieriger ist das, die Haare lang wachsen zu lassen. Das geht nicht nur Männern so, auch Frauen. Und diese Leute, die dir jetzt sagen, hier mein Wundermittel, tust du dir auf die Haare und dann wachsen die wieder, die waren alle bei einer Haartransplantation. Ja, oder haben einen wundervollen Pfiffi auf, der echt aussieht. Ja, das geht auch. Da kannst du ja dein Leben drauf verwenden, Arschloch. Thema Nummer 5, ne, wo er jetzt irgendwie, es gehen doch, jetzt sind wir bei Recht, ja. Alter Junge, der ist so lost, der Typ, das ist ja nicht mehr feierlich. Wir haben aber schon jetzt immerhin, ich muss sagen, wir sind jetzt, wir sind jetzt wieder da, wo wir gestern waren und wir haben noch eine Viertelstunde übrig. Das schaffen wir. Sollen wir das jetzt splitten? Wir splitten es mal fürs Publikum. Leute, wir machen ein kurzes Päuschen, dann sind wir gleich wieder da mit unserem wunderschönen Christoli. Bis gleich. Mellow. Mellow. Mellow.